Grüezi Weziken ist die Plattform mit Weziken News, Informationen zum Gewerbe und Unternehmen für lokale Angebote, Dienstleistungen und Events. Wir unterstützen den Hackathon, weil wir die Vielfalt und Einzigartigkeit der lokalen Angebote für die Konsumenten sichtbar und einfach zuergänglich machen wollen. Kombiniert mit einem transparenten Anreizsysteme profitieren alle von dieser Plattform. Neuigkeiten der Stadt Weziken, von Vereinen, Gewerbe und Kultur dienen als Frequenzbringer, um Kunden auf den neuen Online-Marktplatz zu bringen. Damit das gelingt, brauchen wir dich. Hilf uns mit einer kreativen Idee, den Weziker Umsatz digital zu erfassen, damit der lokale Einkauf in Weziken zum Erlebnis wird. Die Stadt Weziken